Es ist einfach genial, wenn so viele Leute da stehen und mit Zwicky Wittrecht. Schön, viele Leute und ganz toll. Es waren viele Zuschauer und die Stimmung an der Strecke war super. Zumindest mich hat es dazu angespornt, noch ein bisschen mehr Attacke zu machen. Auch versuchen, obwohl ich schnell fahren wollte, noch ein bisschen quer zu fahren. Und ich hoffe, wir haben eine gute Show geboten. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja ! Untertitelung des ZDF, 2020